die lichtoase für die männer der schweiz ich rufe die männer auf die sich angesprochen fühlen der lichtoase beizutreten ohne bindung einfach frei dabei sein ganz frei in freiheit und frieden was der mensch mitbringen muss ist oder soll damit es auch gelingt damit eine hohe schwingung geschieht dass er das wissen hat aus der kreisbotschaft oder das wissen von jesus das ist die grundbedingung sonst kann er nicht folgen er mag dem geistigen druck in diesem gespräch nicht folgen gut wenn das nun als grundsubstanz vorhanden ist dann ist der boden gelegt und wir können beginnen wir treffen uns also in der schweiz in der nähe von zürich und werden dort